ein frühlingsvideo habe ich gemacht und jetzt fangen die herbst videos an und über den sommer habe ich gar nicht geschwätzt das geht natürlich nicht hallo ihr lieben ja wie war euer sommer wie empfandet ihr den sommer was findet ihr toll im sommer wie geht es euch im sommer wie nehmt ihr den sommer war verändert sich euer ist verhalten im sommer es gibt sehr viele fragen lasst es mich wissen gerne in den kommentaren wie für euch der sommer ist dieser sommer 2022 war recht heiß sonnig und mega schön was ich mega liebe am sommer ist einfach man muss sich kaum anziehen man kann einfach loslaufen man muss nicht irgendwie mit schal und pulli und jacke und weiß ich nicht was rumlaufen sondern man kann man geht einfach aus barfuß sein ging nicht so gut im sommer weil zeit viel zu heißer wir hatten teilweise 36 grad im schatten da lag ich auch flach in der woche wo es so heiß war dann und ich hatte irgendwie nicht so die probleme also nicht dass ich wüsste ich müsste immer mal dann in den in den jahreszeiten so zwischen steps wahrscheinlich machen und die dann sammeln und was sich halt mit wegen essen verändert ist halt wirklich ich ist sehr gerne einfach viel roh und ich merke wie die kraft durch salat oder rohkost halt einfach echt mega ist und und jetzt wird es wieder kälter jetzt ist man schon gerne mal ein süppchen oder was warmes auch noch ja und was halt auch schön ist dass es halt so lange hell ist und man kann dann abends noch grillieren draußen irgendwo in der natur oder man ist am rhein am schwimmen und ja dieses wie soll ich sagen einfach man hat ein sehr freies gefühl im sommer und man ist auch teilweise recht aktiv ja und was auch toll ist halt man merkt halt auch dann hier man sieht es vielleicht auch man wird irgendwie also die haare werden halt einfach blond ne ja und die hautfarbe verändert sich halt auch ne und das ist schon man sieht schon ganz anders aus wenn man so brauner bräune aussieht oder die haare dann so eine schöne farbe bekommen und und was mir auf jeden fall auch noch einfällt ist so dass die sonne sehr nährend tatsächlich ist also man merkt wirklich also nicht nur das wildgrün was man da so unterwegs so mitnimmt im frühling habe ich ja löwenzahn gerne gegessen und so und jetzt esse ich brenneteelsamen gerne und lindenblüten gab es auch im frühling und ja ich finde es halt einfach echt interessant im sommer ist man einfach genährt man braucht eigentlich gar nicht so viel zu essen und das wollte ich ja herausfinden ob die sonne auch ein ja und ich würde sagen die sonne nährt schon auf jeden fall ein ja und es macht ganz viel mit ein auch bei mir ist es auch so ich gehe meistens gar nicht so in die sonne sondern eher im schatten bin ich im sommer und nur morgens oder abends wenn es dann nicht mehr so heiß ist dann gehe ich auch mal in die sonne und wenn es dann nicht mehr so heiß ist dann gehe ich auch in die sonne halt also so generell im jahr halt wenn jetzt frühling oder herbst oder auch im winter dann in den bergen mal gucken wie das dann ist ja das ist so das was ich jetzt erst mal im ersten moment sagen kann über den sommer was ich so wahrnehme oder mich noch erinnern kann ich habe ja auch ein video über meine ferien so ausschnitte gemacht und da waren wir am meer das ist schon toll am meer ich wollte dieses jahr unbedingt zum meer weil ich war jetzt schon ganz lange nicht mehr über drei jahre war ich nicht mal mehr und ich merke dann schon dass es mir fehlt und die sonnen die sonnenuntergänge sind halt sehr magisch am meer ja aber natürlich können auch die berge sehr magisch sein da muss man nicht nur in der schweiz sein gibt es auch woanders berger und ich finde auch das wetter wenn es halt mal regnet oder wo wenn man ins gewitter kommt das heißt ja auch das ganze jahr über das ist halt auch es kann auch sehr magisch sein vor allem wenn es dann eigentlich gar nicht so kalt ist sondern eher warm dann wirst du halt mal nass meine güte dann zieht man sich halt um und dann spurt so halt ne das ist nichts schlimmes irgendwie das ist es ist auch sehr speziell einfach so nass zu werden halt und mitten im gewitter draußen rumlaufen in der natur das ist auch sehr crazy halt einfach so normalerweise ist man ja beim gewitter eher geschützt drinne ja und ich merke also wind und gewitter das ist halt so voll die energies auch natürlich sonne und blauer himmel oder mal ganz grau da merkt man schon wenn die jetzt sprühen oder so dann dann drückt es manchmal so voll hier und so ja ja der sommer ich freue mich von euch zu lesen und zu hören und in kontakt mit euch zu sein wir haben uns lieb liebe grüße an euch und